Wir befinden uns ja schon wieder ein paar Tage im guten, wunderschönen Oktober und naja, für die, die es nicht wissen, was ist Oktober? Genau, Oktober ist Spooky Time, Oktober ist Horrorfilmzeit, Oktober ist Halloweenzeit. Und ich bin jetzt tatsächlich mit dem Kanal auch ein bisschen im Oktoberfieber angekommen. Die Beleuchtung hat sich mystischerweise dementsprechend auch angepasst. Magie. Und in diesem Video geht es heute mal um das, naja, was so an Halloween in der Horrorzeit eigentlich immer gut ist und die Frage, die sich jeder stellt, die man sich jährlich aufs Neue stellt. Und zwar die Frage, what's your favorite scary movie? Genau, heute geht es um meine, ich nenn's mal Top 10, äh, weiß ich nicht direkt nicht Favorite, aber halt liebsten Horrorfilme, die ich mir so in der Halloweenzeit angucke. Genau, darum geht es heute und naja, ich möchte euch jetzt nicht noch länger zappeln lassen. Deswegen starten wir direkt ins Video und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, ich habe schon ein paar Horrorfilme hier auf diesem Kanal, glaube ich, mal so angeschnitten und ich muss sagen, ich liebe Horrorfilme vor allem in der Oktober-Halloween-Zeit. Es ist einfach spooky Zeit und es ist einfach geil. Ich liebe es, ich liebe das Feeling, ich liebe die Zeit, die man so mit den Horrorfilmen verbringt und naja, dementsprechend habe ich hier mich mal hingesetzt und meine, wie gesagt, es ist nicht wirklich meine, dass ich sage, dass das meine Top 10 Lieblingshorrorfilme sind, aber es sind so die Filme, die ich mir in der Halloweenzeit fast immer angucken kann beziehungsweise, naja, halt angucken. Vorab, es kann natürlich hier und da zu ein paar Spoilern kommen, zu den verschiedenen Filmen. Vor allem ist ganz, ganz wichtig, es ist meine Liste. Bedeutet, natürlich sind da nicht die Besten und natürlich gibt es welche, die tausendmal besser sind als die Filme auf dieser Liste. Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, nur, wie gesagt, akzeptiert, das ist meine Liste. Deswegen, ne, es ist halt meine Meinung. Und vor allem ist auch hier in dem Fall weder ein Ranking vom Besten zum Schlechten. Natürlich habe ich mich da irgendwo schon leiten lassen von meinen Emotionen und gesagt, okay, der Film, der ist halt schon besser, das stellen wir mal ein bisschen höher. Aber alle Filme haben ihre Daseinsberechtigung. Jede Meinung hier ist vertreten. Wie gesagt, das hier ist meine Meinung und naja, das wollte ich am Anfang gesagt haben und deswegen starten wir jetzt direkt rein mit Platz Nummer 10. Ja, auf Platz 10 würde ich die ganze Saw-Reihe setzen. Nicht unbedingt die letzten 3, 4, 5, aber so Saw 1 bis 6, glaube ich, war es. Oder 7, wo die Filme noch gut waren, zumindest okay. Und ich würde sagen, vor allem halt die ersten 3, 2, 3, 4 Filme waren auf jeden Fall, setze ich hier auf die Liste, weil ich kann mir diese Filme immer wieder gerne geben. Ich liebe nach wie vor dieses System von den Saw-Filmen, dass er wirklich ein Mann ist, der einfach im Prinzip seine guten Absichten halt in, naja, nicht so netter Art und Weise vertritt. Auch die ganzen Fallen, die ganzen Kills, die ganze Szenerie und alles ist einfach in diesen Filmen immer super. Und selbst wenn man weiß, wer was gemacht hat und was mit dem nächsten Typen passiert, der jetzt hier auf dem Fließband liegt, sage ich mal, auch wenn man es weiß, es macht, finde ich immer wieder Spaß, diese Filme sich anzugucken. Weil allein die ganze Kreativität bei den ganzen Fallen, holy shit, ist es einfach nur geil, definitiv. Habe ich auch mal ein Video zugemacht zu den Saw-Fallen. Könnt ihr euch gerne mal angucken, ich werde es hier irgendwo verlinken. War auf jeden Fall Saw-Filme, für mich definitiv mit auf dieser Liste, kann ich mir wirklich jedes Jahr aufs Neue geben. Auf Platz 9 ein Film, beziehungsweise eine Filmreihe, die schon sehr, sehr geil ist, sehr, sehr krass, sehr, sehr ikonisch. Aber wo ich sagen muss, okay, es passt zu Halloween, finde ich am besten. Und das ist die Nightmare on Elm Street Reihe. Hauptaugenmerk lege ich hier auf den ersten Teil, weil der OG erste Teil ist fast bei den meisten Horrorfilmen so, die auf dieser Liste hier stehen, ist der Original, der erste, einfach mit am geilsten. Und was soll ich sagen, die Filme sind einfach perfekt zum Gruseln. Auch hier einfach die Effekte von damals einfach viel goriger, viel blutiger. Allein das Design von Freddy Krueger, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man davon keine Albträume bekommt, checkt er wegen Nightmare. Ne, ja, der war gut, oder? Also wie gesagt, für mich auf jeden Fall muss zumindest der erste Teil definitiv. Kann ich mir immer wieder super gerne gönnen. Und es ist auch immer wieder, weiß ich nicht, Nightmare hat so geile Schocker-Momente einfach so. Also das ist nicht so wie Saw, einfach sehr, sehr gory, sondern wirklich Schocker-Momente. Und das ist das, was ich bei Nightmare halt übel liebe. Und deswegen kommt es hier definitiv auf die Liste. Auf Platz 8 folgt quasi die konkurrierende Filmreihe, das konkurrierende Franchise. Und das ist Freitag, der 13. Hier würde ich wirklich auch hauptsächlich den zweiten Teil tatsächlich nehmen. Den ersten Teil fand ich gar nicht mal so geil. Da ging es ja wirklich hauptsächlich um die, also um die Mutter. Und das fand ich langweilig. Jason ist für mich so der geilste, mit einer der geilsten Horrorfilm-Charaktere. Mit Jason Goes to Manhattan und Jason X und so ein ganzer Scheiß. Die können wir ganz weit hinten mal anstellen. Aber so Teil 1, 2 und 3 sind auf jeden Fall schon so, kann man sagen, ja, ist okay. Kann man sich sehr gerne antun. Und wenn man sowieso gerade erst die Nightmare-Filme und dann die Jason, also Freitag der 13. Filme gesehen hat, dann guckt euch auch Freddy vs. Jason an. Das ist einfach der perfekte Abschluss. Und durch diese drei, sag ich mal, Filme an einem Tag ist super geil, super entspannt. Und mit Freddy vs. Jason hat man einen geilen Action-Thriller-Blutig-Gorik-Übertreten-Abschlussfilm. Er ist nicht der beste Film, aber er ist definitiv einer der Filme, die sich gerne oder gut angucken lassen. Auf Platz 7 gehen wir mal, ich sag's mal in der Originalversion, ein wenig in die schon eher creepy, eklige Richtung. Und in dem neuen auf jeden Fall schon eher in die sehr, sehr krasse, spooky Richtung. Und zwar ist es S, 1 plus 2, also Kapitel 1 und Kapitel 2. Sowohl die alte Version als auch die neue, also das Reboot oder Remake. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, als was es deklariert wird. Naja, was soll ich sagen, S, der gute Killer-Clown, Pennywise, ist einfach, kann man sich super geil geben. Ich muss sagen, bei den neuen zwei Teilen finde ich halt einfach Bill Skarsgård, Pennywise, super creepy. Einfach sein Gesicht, sein Lächeln, seine Ausdrucksweise ohne das Make-up allein schon ist schon perfekt für diese Rolle. In den älteren Teilen, muss ich sagen, finde ich es aber irgendwie das Gruselfeeling doch ein klein bisschen besser aufgefasst worden. Da muss ich aber sagen, finde ich auch den ersten, also Kapitel 1 vom OG-Film, finde ich wesentlich besser. Hier muss ich sagen, finde ich Kapitel 2 irgendwie auch ganz geil, weil es halt schon ein bisschen, nochmal ein bisschen erwachsener wirkte. Ja, aber auf jeden Fall, die beiden S-Teile und vor allem beide S-Filme jetzt, also Kapitel 1, 2, alt und neu, kann man sich übelst gut antun. Für Leute, die auf Clowns sowieso nicht so gut reagieren, ist es halt einfach perfekt. Aber da würde ich dann tatsächlich den alten S-Teil empfehlen, weil da halt mehr Clown ist als Pennywise im neuen. Der ist ja weniger Clown als, ich weiß nicht, wie man es, also für mich ist es kein Clown mehr. Das ist einfach abgespaced, erkranker, holy shit, fuck, äh, Kusel und so. Auf Platz 6 gehen wir weg von dem wirklich, ich sag mal, brutalen, blutigen Horror und gehen hin zu quasi dem Urgestein des Psycho-Thriller-Horrors, der einfach in einem ein Unwohlsein auslöst. Und das ist The Shining. Holy shit, The Shining, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich komplett überfordert mit dem Film. Ich habe nichts verstanden von dem Film. Wo ich ihn dann im älteren Alter mal geguckt habe, habe ich ihn endlich verstanden und fand ihn dementsprechend noch gruseliger. Allein fucking Jack Nicholson macht den Film unfassbar krass. Dieses Hotel, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, ist quasi ein eigener fucking Charakter in diesem Film. Und was soll man sagen, also es ist fucking gruselig. Es ist einfach dieses, es ist einfach ein dauerhaftes Unwohlsein, weil auch die Szenen, die hintereinander folgen, manchmal so komplett kontextlos sind. Also es ist dann eine übelste, diepe Szene, die einfach nur einen leeren Raum zeigt. Du hast fünf Minuten kein Wort gewechselt, du siehst einfach nur einen leeren Raum und auf einmal fährt das Kind mit dem Dreirad durch den Flur. Holy shit, wirklich ist es so ein unwohlseiendes Gefühl, was auf einen drauf prasselt. Es ist einfach krank und vor allem für Horrorfans, die wirklich den Klassikern, sagen wir mal, Tributs hollen wollen, ist, glaube ich, The Shining in der Halloween-Zeit zu gucken einfach ein Muss. Und es ist auch einfach, The Shining, da es auch nicht so unfassbar krass brutal ist direkt, hier und da, klar, schon, aber es ist ja weniger brutaler Horror als mehr, wie gesagt, Psycho. Es ist halt auch, finde ich, ein guter Kruselfilm für jeden was, weil es gibt ja viele Leute, die können kein Blut sehen und da ist es gut. Die eine Szene ist vielleicht ein bisschen kritisch für Leute, die kein Blut sehen, fällt mir gerade ein. Aber gut, stellen wir das einfach mal hinten an, aber auf jeden Fall The Shining für jeden Horrorfilm-Fan ein Muss und vor allem in der Halloween-Zeit, definitiv. Auf Platz 5, wir kommen langsam dem Treppchen immer näher und ich sag's mal so, wir müssen hier aber auch ein bisschen, naja, Humor reinbringen, sind wir mal ganz ehrlich. Und der Film, den ich euch heute vorstelle oder den ich jetzt euch vorstelle, der wird irgendwann auf diesem Kanal ein eigenes Video bekommen. Und zwar ist es der Film Mega Monster Movie von den Machern von Scary Movie. Und was soll ich euch sagen, Leute? Dieser Film ist in meinen Augen mit einer der geilsten Horror-Komödien, die es auf dieser Welt gibt. Es ist abgedreht, es ist krank, es ist so bescheuert, es ist alles, hat alles, was man braucht. Es hat die klassischen Horrorfilm-Charaktere als Parodie, sag ich mal da. Dieser Film ist so geil und ich schwöre euch, Leute, ich habe diesen Film locker, locker schon 20 bis 30 Mal gesehen. Immer wenn ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, diesen Film in meinen Laptop reingehauen und mir den auf der Fahrt locker 2, 3 Mal angeguckt. Wirklich Mega Monster Movie. Kuss geht da auch raus an meinen ehemaligen Kumpel, der mir diesen Film empfohlen und auch dann nachher geschenkt hat. Die DVD habe ich sogar irgendwo noch hier. Wirklich Mega Monster Movie. Wirklich, wenn ihr Scary Movie mögt, Mega Monster Movie. Gönnt ihn euch, es ist so geil. Es ist einfach bescheuert und man hat so viel zu lachen. Es gibt auch 2, 3 Momente, wo man sich gerne mal erschreckt. Und ich muss hiermit auch sagen, ich habe diesen Film wirklich ewig nicht mehr gesehen. Ewig nicht mehr. Und dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall nochmal machen, weil als ich den Film mir hier für die Liste rausgesucht habe, dachte ich mir, holy shit, was ein dumm, geiler Film. Wirklich. Deswegen hier auf der Liste, gönnt ihn euch. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr hart an Scary Movie dran, aber auf seine eigene Art und Weise irgendwie. Definitiv, gönnt ihn euch. Und natürlich auf Platz 4, wenn wir schon so viel Scary Movie erwähnt haben, auch hier die Scary Movie Filme. Einfach alle. 1 bis 5. 6 war so, okay, aber 1 bis 5. Vor allem 1 ist einfach legendär. Wirklich. Jeder, den ich kenne, kennt Scary Movie 1. Jeder, mit dem man darüber redet, versteht jeden Gag daraus. Wirklich, Scary Movie, wie gesagt, 1 bis 4 oder bis 5. Gönnt es euch. Und wer es noch nie gesehen hat, holy shit, wo habt ihr die letzten Jahre gelebt hinter dem Mond? Und vor allem auch, finde ich, zur Halloween-Zeit einfach super geil, weil es halt auch einfach so ein bisschen Abwechslung ist. Ich denke mir so, man muss nicht jeden Tag sich die krankesten Horrorfilme reinballern und dann, weiß ich nicht, am 31. da sitzen und, weiß ich nicht, sich einweisen lassen, weil man psychisch nicht mehr klarkommt. Nein, dann gönnt man sich einfach Scary Movie, weil es halt einfach, es ist einfach Scary Movie. Wirklich, es ist einfach, das gehört einfach mindestens einmal im Jahr gesehen und wenn nicht, wann dann zur Halloween-Zeit, ne? Deswegen auch hier Empfehlung für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Schande über euer Haupt, aber wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an und wer es natürlich kennt. Hört mir jetzt gerne mal euren Lieblings-Gag aus irgendeinem Scary Movie Film. Egal welchen, in die Kommentare oder irgendein, weiß ich nicht, ein Zitat aus irgendeinem Scary Movie Teil. Weil, äh, wirklich, ich glaube, jeder, der das geguckt hat, wird auf jeden, also, ich glaube, wenn ich gerade an eine Szene denke aus Scary Movie 2, sind wir uns alle ziemlich sicher, um was es für eine Szene es sich handelt. Und ich, das macht einfach Scary Movie aus. Es ist einfach so bescheuert, dass es einfach so viele Menschen miteinander verbindet auf einer Dully-Ebene, weil es einfach so unfassbar komisch ist und halt trotzdem irgendwo seine Horror-Aspekte mit sich bringt. Natürlich nicht zum unfassbar Gruseln, aber einfach, einfach geil in der Halloween-Zeit, finde ich. Nun sind wir auf dem Treppchen angekommen und jetzt auf Platz 3 kommt, wieder mal ähnlich wie bei Saw und auch jetzt bei Scary Movie, eine ganze Film-Reihe. Beziehungsweise nicht eine Film-Reihe, sondern eine Film-Universe-Reihe. Und zwar geht es hier um The Conjuring, beziehungsweise das ganze Conjuring-Universum. Von The Nun über Annabelle bis hin zu Conjuring 3. Gönnt euch diese Filme in chronologischer Reihenfolge. Wird demnächst auch mal ein Video auf dem Kanal kommen. Natürlich gibt es schon etliche Videos, aber ich habe mir jetzt letztens nochmal The Conjuring-Filme alle in der richtigen Reihenfolge angeguckt. Wir haben zwei in dem Fall noch ausgelassen, aber einfach The Conjuring ist so eine Sache, die kann man sich einfach wirklich mal so an einem Wochenende durchgönnen. Es ist einfach geil, es ist super viel zum Gruseln. Man muss sagen, The Conjuring-Filme, die stehen oftmals in der Kritik, weil es nicht so krasse, erfolgreiche Filme von vielen Kritikern sind. Aber sind wir mal ganz ehrlich, überhaupt das alles zusammenhängt und wenn man das weiß, wo die Sachen zusammenhängen, was ich auch in diesem, ich sag mal, richtigen Reihenfolge-Video, also in der chronologischen Reihenfolge auch dann erklären werde, in wessen Punkt die quasi zusammengehören. Wenn man das weiß, machen die Filme einfach noch mehr Spaß zu gucken. Und sind wir mal ganz ehrlich, allein nur, wenn man sich die Conjuring-Filme anguckt, also Conjuring 1, 2 und 3, und im Hinterkopf hat, dass manche Erzählungen davon auf wahren Begebenheiten beruhen. Sei mal dahingestellt, ob es wirklich übernatürliches gibt oder nicht, aber dieses auf einem, was auf einer realen Geschichte basiert, finde ich bei Horrorfilmen einfach immer 10 von 10. Deswegen hier auf Platz 3, die Conjuring-Universe-Reihe, alles, wie gesagt, alles, was dazu gehört, absolut ein Muss und kann man sich, wie gesagt, gut an fast schon einem Tag gönnen, glaube ich. Ich wüsste jetzt gerade nicht genau, wie lang alles zusammengeht, aber an ein, zwei Tagen einfach mal durchsuchten. Holy shit, das macht auf jeden Fall Spaß, sag ich mal so, wie es ist. Silber geht hier wohl wahrscheinlich mit an einen der klassischsten Filme der Halloween-Horror-Zeit. Und ich denke, ich werde hier viele Leute vielleicht sogar mit verärgern, dass auf diesem Platz wirklich der Film ist, weil es tausend Filme, die gewiss gruseliger sind und, also es gibt tausend Filme, die besser gruseliger alles sind. Aber für mich zur Halloween-Horror-Zeit gehört einfach Scream und vor allem Scream 1. Ja, ich habe hier schon zwei, drei Videos zu den Scream-Filmen gemacht, vor allem jetzt, wo Scream 5 rauskam oder Scream 6, Scream 5 und Scream 6 dann später, mit den ganzen Theorien ums Doom-Marker, mit allem möglichen. Scream 1, finde ich, ist so ein perfekter Film, wirklich, also Scream 1 als einzelstehender Film ist einfach rundum perfekt. Die ganzen Filme, die danach kommen, 2 war noch geil, 3 war so lala, finde ich persönlich, 4 war, konnte man eigentlich relativ gut in der Pfeife rauchen, aber war auch noch okay. Mit 5 ging es dann wieder los und auch 6 war einfach perfekt. Leute, das gehört einfach, finde ich, bei Halloween dazu und natürlich gibt es wie viele Filme, die gruseliger sind. An der Stelle auch mal aufgezählt, sowas wie Hostel, natürlich Hostel, die krankesten Horrorfilme, die es gibt, Haus der Tausend Leichen, wie viele Klassiker gibt es. Leute, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben, aber macht es trotzdem gerne. Ich weiß, wie viel ultimativ geile Horrorfilm-Klassiker es da draußen noch gibt. Return of the Living Dead, diese ganzen alten Schinken, kenne ich alle, habe ich gesehen, finde ich super geil, aber diese Liste hier ist wirklich meiner Meinung nach, finde ich, perfekt für Halloween. Man braucht an Halloween nichts, um sich wirklich ins Tode zu gruseln, aber man will halt so seine klassischen Sachen, finde ich. Also dieses 0815 Halloween Feeling, finde ich halt einfach geil. Und wie gesagt, es gibt der bekranke Filme, das könnt ihr gerne mal ein paar Vorschläge auch in die Kommentare schreiben, ich kenne auch noch nicht alle. Aber in meinen Augen ist Scream, wie gesagt, vor allem Scream 1, an Halloween oder in der Halloween-Zeit nicht zu, also darf man nicht, nicht gucken, finde ich. Lustigerweise, die ganze Scream-Reihe habe ich original ungefähr um diese Zeit vor einem Jahr erst einmal durchgesuchtet. Kurz bevor natürlich Scream 6 dann rauskam, weswegen ich ja dazu die ganzen Videos gemacht habe. Aha, Funfact, und so schließt sich der Kreis. Nein, aber wirklich, die Scream-Reihe, wie gesagt, hauptsächlich Scream 1, aber die ganze Reihe, absolut empfehlenswert. Immer wieder das gleiche System, aber immer wieder neu und geil und man rätselt selber mit, who is the killer. Einfach immer geil, funktioniert super. So, und nun kommen wir zu Gold und natürlich, was soll ich sagen? Ich denke, jeder wird hier wissen, was auf Platz 1 steht, weil das ist halt wirklich Halloween-Kult. Das muss man an Halloween gucken. Da geht nichts drum herum. Und das ist, naja, Halloween. Ja, auch hier, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf Halloween 1, weil das einfach perfekt war. Halloween 1, einfach ein perfekter Film. Alles, was danach kommt, wirklich, sofort danach, mit Teil 2, wo alles schon mal über den Haufen geschmissen wird. Die Rob Zombie-Sachen waren noch okay, aber alles Mögliche. Es gibt so viele Reboots, Remakes, Fortsetzungen, Spin-offs und was weiß ich von Halloween. Aber ich persönlich finde Halloween 1, Halloween, das Remake, Halloween Kills und auch ein bisschen Halloween Ends, aber den würde ich erstmal in Klammern setzen, finde ich hundertprozentig gelungen. Und definitiv was für jeden Halloween-Fan. Es spielt an Halloween, es geht immer nur um Halloween und Michael Myers ist wahrscheinlich der ikonischste Horrorfilmcharakter, den es überhaupt gibt. Ich denke, wenn jemand Halloween und Horrorfilme in Verbindung bringt, hat er das Gesicht oder halt die Maske von Michael Myers vor Augen. Und was soll ich sagen, also die Filme stehen für sich selber. Wie gesagt, der Original, der erste Originale auf jeden Fall mindestens. Alle danach kann man mal gesehen haben, tut aber auch nicht weh, wenn man es nicht hat, sage ich es ganz ehrlich. Und die ganzen Reboot- bzw. Remake-Triologie, die jetzt halt vor kurzem mehr oder weniger rausgekommen ist. Das heißt, vor kurzem ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Aber alles diese Filme definitiv muss. Und das ist auch die einzige Sache, die ihr euch bis Halloween aufbewahrt. Diese Filme muss man an Halloween gucken. Alle anderen kann man davor gucken, aber Halloween guckt man an Halloween. Verstanden? Nein, Spaß bei sehr. Natürlich dürft ihr das, wenn man auch immer noch gucken wollt und ihr müsst diese Sachen auch nicht gucken. Aber das hier war jetzt so meine Top 10 an Filmen, die ich mir wirklich immer zur Halloween-Zeit gönnen kann. Wie gesagt, vor allem die Top 3 geht wirklich immer. Keine Frage, Halloween-Zeit, Horror-Zeit geht das immer. Und vielleicht habe ich in einem oder anderen Jahr hier mit dieser Liste aufgeregt oder angeregt. Vielleicht auch beides, auf- und angeregt. Sich diese Filme reinzuziehen. Und das halt vor allem gerade in der Zeit, wo es dazu passt. Wie gesagt, haltet euch Halloween, das Original-Teil 1, haltet es euch einfach für Halloween in der Rückhand. Ist irgendwie ein geiles Feeling, denn du weißt, es ist Halloween. Und ganz ehrlich, stellt euch mal vor, wie geil wäre das. Ihr guckt diesen Film und im Film klingelt es irgendwie, das Telefon oder die Tür klingelt. Und auf einmal stehen welche Kinder vor eurer Tür und wollen Süßes oder Saures. Ich glaube, ich würde mich komplett einscheißen. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Liste gefallen hat. Sagt ihr, jo, fühle ich voll? Oder sagt ihr so, nee, muss ich sagen, ja, nichts. Oder zumindest teilweise könnte man da andere Filme einsetzen. Wenn ja, schreibt mir gerne mal eure Top 10 oder Top 5, wie ihr wollt. Liste an Filmen, an Horrorfilmen, die ihr so in der Halloween-Zeit, ja, guckt. Wo ihr sagt, das ist eine Pflichtlektüre, sage ich mal. Das kann man sich definitiv geben. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich lasse mich immer gerne belehren, das wisst ihr. Und vielleicht finde ich auch den einen oder anderen Film, den ich noch nicht geguckt habe, den ich mir dann jetzt auch angucken kann. Sonst sei nur noch erwähnt, es wird jetzt ab und zu wieder mal ein bisschen mehr Halloween-Content kommen. Also es kommen so zwei, drei Videos, die thematisiert an Halloween und Horror sind natürlich nicht komplett, weil dafür ich nicht so die krassen Ideen habe. Weil ich sage mal ganz ehrlich, vor allem YouTuber in meiner Sparte, so Film, Serien, Gaming-YouTuber, machen zu Halloween-Zeit ja fast immer das Gleiche. Die Top-Liste von dem und dem und dem und dem. Ich dachte mir, ich mache zwei, drei davon und wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten, wenn ihr das nicht verpassen wollt, checkt gerne den Kanal aus. Guckt euch die Videos vom letzten Jahr zur Halloween-Zeit an, sind auch ein paar Horrorfilme dabei. Und vor allem, lasst gerne ein Abo da, wenn euch es interessiert, alles Mögliche um die Themen, Filme und Serien. Ob es Funfacts sind, ob es Theorien sind, ob es egal was ist, rundherum. Wenn es sowas interessiert, gerne mal den Kanal auschecken. Und vielleicht findet ihr was, was ihr hier, naja, gerne gucken wollt. Und dann lasst ihr ein Abo da und wir sind alle glücklich und happy. Naja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.